Und vor allen Dingen jetzt haben wir ja, wenn die Heringe durchziehen, auch die negativen Einwirkungen für die Fische. Weil die Fischerei gehört auf Rügen, so wie die Kreidefelsen, wie die Insel Filmen oder auch wie die tollen Wälder. Ganz einfach. Die Petitionen unterschreiben, die man per Internet machen kann oder per Mausklick. Und ich kann es jedem Urlauber und jedem Reganer nur empfehlen, mitmachen, damit das Ding von der Küste ist. Untertitelung des ZDF, 2020